Ja, vielen lieben Dank. Super, super geil. Dann Walter, wie heißt sie nochmal? Rieh Waltraud vom Friedensnetz. Liebe Saarländerinnen und liebe Saarländer, liebe Saarbrückerinnen und liebe Saarbrücker, liebe französische Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, angesichts der wieder mal besonders aktuell drohenden weltweiten Kriegsgefahren will sich das Friedensnetz Saar, als deren Vertreterin ich, Walter Antouet, heute hier stehe, mit einem Redebeitrag an den sogenannten Neuen Montagsdemonstrationen beteiligen. Ja, ich bin gerne hier heute und finde es ganz toll, dass trotzdem Fußballspiel hier heute hier steht. Das seit den großen Friedensdemonstrationen der 80er Jahre existierende Friedensnetz Saar signalisiert damit den bisherigen Organisatoren der Montagsdemos, dass es keine Berührungsängste hat, dass das Friedensnetz Saar eben den Frieden mit allen den Menschen sucht, die auch bereit sind, sich friedlich politisch zu artikulieren. Bereits im Jahre 2003 gab es unter reger Beteiligung der Bevölkerung Montagsdemos gegen den Irakbrief. So was ähnliches wie heute wieder. Damals hatten sich egal, ob politische oder religiöse Vereinigungen oder sonstige Organisationen oder auch Einzelpersonen zusammengeschlossen und gemeinsam mit der Achse des Friedens gegründet. Und wir, die vielen friedensliebenden Menschen, wenden uns damit aktiv gegen die damalige Achse des Bösens. Die Achse der sogenannten Schurkenstaaten, von denen der amerikanische Präsident George Bush sprach, geht man gar nicht über den Lippen, dieses Wort, diesem kriegstreitenden, kalogenen Präsidenten, der behauptete, der Irak würde Massenvernichtungswaffen besitzen, stellten wir Bürger die Achse des Friedens, das Friedensnetz Saar, entgegen. Und diese Idee, der Achse des Friedens, von einer Welt in Frieden, einte diese Menschen, weltweit und auch hier in Saarbrücken. Gemeinsam sind wir von der Achse des Friedens montags durch die Innenstadt gezogen. Und damals konnten wir noch Massen bewegen, da waren 800, 900 bis 1000 Leute mitgezogen. Also da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Es würde mich freuen, wenn wir diese Tradition wieder aus gegebenen Anlass fortsetzen könnten. Unser Appell an die Bundesregierung und an unseren Bundespräsidenten Joachim Gauck lautet, nein zum Krieg, keine Militäreinsätze in andere Länder und stoppt den Waffenhandel. Ein Wort noch an unseren Bundespräsidenten, der sich auch wieder an die Nationen gewandt hat. Herr Gauck, Sie reden nicht in unserem Namen. Sie sind nicht gewählt worden, um ständig neue Kriegsbeteiligungen zu fordern und für gefallene Post um Heldenorden zu verleihen, sondern dafür, dass vom deutschen Boden nach dem Grundgesetz nie wieder Krieg ausgeht. Korrigieren Sie Ihre Einstellung oder treten Sie zurück von mir aus, so zackig wie Sie reden, für das neue Mordenhalten. Oder wie gesagt, spielen Sie lieber Fußball mit allen Nationen, anstatt Waffen zu verteidigen. Wir müssen auf der Straße wieder sichtbar werden. Das forderten die mehr als 2500 Teilnehmer auf dem internationalen Pitch Event in Sarajero 2014. Wir müssen intensiver und gemeinsamer der Kriegsgefahr in der Welt begegnen und mit uns und mit größerer Energie und mit mehr internationalen Aktionen in die Menschheitsfrage Krieg-Frieden einmischen. Dies war sicher das einheitliche Votum aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen des größten internationalen Friedensereignisses 2014, das über Pfingsten mit mehr als 190 Workshops und vielen Kulturveranstaltungen sowie einem großen Jugendcamp in Sarajevo stattfand. Gerne hätte ich auch daran teilgenommen, aber vieles ist halt nun mal nicht möglich. Frieden ist möglich, war die gemeinsame Stimmung auf der Eröffnungszeremonie des internationalen Pitch Event 2014 in Sarajevo. Wir wollen nie mehr Krieg und Konflikte sind freilich zu lösen, war die Botschaft der Menschen und Friedensaktivisten aus mehr als 32 Ländern. Wie gesagt, gern hätte ich auch daran teilgenommen, aber vieles ist halt nicht mehr möglich. Wenn wir vom Frieden reden, sollten wir als in der Friedensbewegung engagierte Menschen andere Menschen im Blick haben und mit ihnen diskutieren, so beispielsweise mit euch heute hier. Aber auch das bietet der beispielsweise gerade jetzt, in der so lautet das Motto des Aktionsmonats im Saarland, der am 25.06. beginnt und bis zum 25.07. geht. Das findet ein Aktionsmonat Militarisierung der Gesellschaft statt. Verantwortlich für den Aktionsmonat ist ein breites Bündnis aus politischen Organisationen, kirchlichen Einrichtungen und Gewerkschaften. Der geplante Aktionsmonat soll ein Turm schaffen, in dem über die zunehmende Militarisierung der Gesellschaft diskutiert werden kann. Dazu will ich herzlich einladen. Und zwar findet am Mittwoch, den 25.06. in Eröffnung statt, eine Vernissage auch noch, eine Ausstellung des zivilen Kriegensdienstes. Wir scheuen keine Konflikte, das ist schon mal lohnenswert dahin zu kommen, dass es auch anders geht. Und eine Lesung von Jürgen Gresslin aus dem Schwarzbuch Waffenhandel. Also es lohnt sich dahin zu kommen. Die Flyer zu den einzelnen Veranstaltungen habe ich hier und verteilen sie auch gerne. Wir finden noch mehrere Veranstaltungen hier in Saarbrücken zu diesem Thema statt. Liebe Saarländerinnen und liebe Saarländer, liebe Saarbrückerinnen und liebe Saarbrücker, liebe französische Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich weiß nicht, wo ist einer darunter heute? Ja? Und liebe Friedensfreundinnen und liebe Friedensfreunde, es gäbe noch viel zu erzählen, zu berichten über alte Friedenskämpfer wie Frau Beate von Sudner oder andere tausend Todestage, die wir gerade erinnern. Oder an Rosa Luxemburg, die für den Frieden ins Gefängnis musste. Oder noch die folgenden vielen Friedenskämpferinnen und Friedensengagierte wie Petra Kelly, Donovan, John Lennon, Wolfgang Mielegen von BAP oder vielleicht auch John Bates und auch Konstantin Becker, die wir auch einige kennen. Und der seit über 40 Jahren aktiver Antifaschist und radikaler Pazifist ist. Das können wir immer wieder in seinen Liedern hören und in seinem neuesten Buch Mönch und Krieger, wo er geschrieben hat, auf der Suche nach einer Welt, die es noch nicht gibt, nachlesen. Also es ist vielleicht lohnenswert, auch mal zu lesen und darüber zu diskutieren, über eine Welt, wie wir sie uns vorstellen. So, ich weiß nicht, vielleicht am Schluss singen wir ein gemeinsames Lied, wenn er Klaus Gitarre dabei spielt. Klaus, wie sieht's aus? Wir können doch gemeinsam singen. We shall overcome We shall overcome We shall overcome Someday Deep in my heart